Los geht's. Auf in den Kampf. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich renne. Ich renne. Oh ja. Den hab ich. Eindeutig. Den hab ich auch. Oh, wo kommt dat her? Keine Ahnung, wo dat herkam. Ob vor mir, hinter mir. Links oder rechts. Ich kann das nicht sagen. So, okay. Also rennen wir einfach mal wieder los. Da, da, da. Der hat mir so schön den Rücken zugedreht. Konnte ich nicht widerstehen. Ich darf erst mal eine Handgranate hier hoch. Oh, da hab ich sie schon gesehen, ja. Da lauern die Scharfschützen. Ist da einer noch? Ich glaub nicht. Wie mein ich, hätte ich da was gesehen? Da muss ich doch mal looken. Sag ich doch. Da war doch was. So, okay. Das sind meine Jungs. Okay. So, wo sind sie? Oh, wo kam dat denn jetzt wieder her? Ah, man kann halt nicht überall seine Augen haben. So kann's gehen im Leben. Ey, Leute. Das war eine Startposition. Ah, so eine scheiß Spawn-Killerei hasse ich ja erst recht. Das hasse ich ja erst recht. Hm, jetzt seh ich da wohl nix. Oh, wo kommt dat denn jetzt wieder her? Ich hab nichts gesehen, aber auch gar nichts. Ach so, das ist einer von meinen Jungs. Da war ich ein bisschen voreilig. Loslaufen. Ab in die Schlacht. Boah, ich wollte eigentlich messern, aber ich hab natürlich wieder mal daneben gemessert. Meine Fresse. Da guckt man einmal, einmal mal weg. Alles klar. Laufen die eigentlich nur Spawn-Killer rum? Maaah. Habt das schön gemacht, Jungs. Meine Fresse, nee. So. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hätt sich doch da versteckt, oder? Da ist da irgendeiner. Den hab ich mitgenommen. Ich hab's mitgenommen. So, anscheinend daneben. Wo sind die? Oh! Kann das sein, dass er da gewartet hat auf mich? Mit einer Killcam würde man das jetzt sehen. Aber nein, es gibt ja keiner. Ich raff das alles hier noch nicht. Wahrscheinlich hätte er da gerade was gesehen. Ja, ich hatte da was gesehen. Das war kein Irrtum. Okay, er lebt. Ja, den habe ich noch mitgenommen. Den habe ich noch mitgenommen, Leute. Der ist tot. Oh, da kam jemand von hinten, Blaubi. Hat keiner nach hinten geguckt von meinen Jungs. Jetzt sind wir schon wieder hier in der Scheiß-Ecke. Runtergerutscht. Boom, 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 macht's. Boom, shake, boom. Und wir haben uns wieder gegenseitig gekillt. Ist doch wunderbar. Und wieder in der dämlichen Scheiß-Ecke. Und schon wieder ist es vorbei. Ah! Naja. Was soll's? Nicht mein Spiel. 11 zu 11 ist die Statistik. Naja. 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 Vielen Dank.